Radio 1 Hörbar Prost Ich hoffe, dass dieser Song Ihnen gefallen hat, dass Sie sich ein bisschen vielleicht bewegt haben. You Should Be Dancing, die Bee Gees, Radio 1, die Hörbar Prost immer sonntags als Radiosendung. Zwischen 14 und 16 Uhr mit einem prominenten Gast, der acht Songs aus seinem Leben ausgesucht hat, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind, für etwas stehen, manchmal auch einfach nur Lieblingslieder. Und ein Jahr lang steht jede Sendung als Podcast zur Verfügung. Sie können sich sehr viele, sehr viele Interviews anhören, die da stehen im Archiv, im Radio 1 Archiv. Bei Spotify finden Sie uns nicht. Ich werde immer gefragt, kann man sie auch? Nein, bei Spotify nicht, aber bei iTunes beispielsweise. Sie finden da Thomas Thieme, Desiree Nospusch, Henry Hübchen, Soap & Skin, Afrop, Barbara Sukhova, Inga Humpe, Corinna Harfuch, Tobias Moretti, Max Herre, Axel Milberg, Rocco Schamoni, Chili Gonzales, Erika Pluha und, und, und. Sehr viele, sehr unterschiedliche Gesprächspartner. Und das ist mein Gast heute. Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit... Wer den Weg des gerade mal 27-jährigen Schauspielers nachzeichnet, der könnte ein vollkommen falsches Bild von diesem Berufsstand erhalten. Ganz so, als sei es normal, mindestens drei große Filme pro Jahr zu drehen. Ganz so, als sei es normal, Auszeichnungen für seine Arbeit zu erhalten, mit einer Regelmäßigkeit, mit der andere an einer Stechuhr vorbeilaufen. Oder die vier auf dem Display eines Fahrstuhls drücken, der sie jeden Morgen ins Büro bringt. Ne Wöhner kann nicht mal auf die eine große Schauspielschule verweisen, die das Talent in ihm erkannte und zum Blühen brachte. Janis blühte von selbst. Schon als Kind gab's da ein Strahlen und eine Kraft, die sich bis zum heutigen Tag fest in ihm eingerichtet hat. Vier Könige, die Edelstein-Trilogie, Jugend ohne Gott, Jonathan, Beat, Mainstream-Kinokanner, Art House, Historienfilme, Romanadaptionen und internationale Produktionen. Allein als Zeichentrickfigur ist Janis Niewöhner bislang gescheitert. Eine beruhigende Vorstellung im Hinblick auf das nun folgende Gespräch. Herzlich willkommen in der Hörbarost. Wie konnte das passieren, Janis? Ich weiß es auch nicht. Es läuft einige schief gerade zurzeit. Ja, wir holen dich gerade in so einer Talsohle ab. Ja, du fragst mich jetzt wahrscheinlich, was für ein Tier ich sprechen soll. Ne, nein, 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 das geht noch nicht mal. Das hast du wahrscheinlich sogar auch mit Bravour gemacht. Du hast mit Sicherheit auch schon... Ich hätte da totale Lust drauf. Hast du das dann nie gemacht? Ich war bei einem Regie-Casting für einen Film. Das war so ein Animationsfilm. Da hat aber in Amerika die Stimme Will Smith gesprochen. Und ich dachte schon, warum ladet ihr mich denn da zum Casting ein? Und der Charakter sah auch aus wie Will Smith. Und es ist natürlich nichts geworden. Habe ich jetzt gerne gemacht. Du kannst ja für... Du kannst ja deine Stimmen... Du kannst ja ständig switchen, um dich einfach mal zu empfehlen. Vielleicht kannst du... Vielleicht könnte ich das machen, ja. Das ist eine gute Idee, Bettina. Das geht ja gut los. Nein, und guck mal, es war total anders gemeint. Ich habe ja gar nicht geschnallt, dass ihr Schauspieler auch immer irgendwelchen internationalen Produktionen, Zeichentrickfiguren, eure Stimme gebt. Es war jetzt so gemeint, dass du wirklich in allen Metiers reüssierst. Nur noch nicht als eigene Zeichentrickfigur. Ich fand das total lustig als Pointe, aber du hast es mir zerstört. Es ist jetzt sehr lustig. Ich bin manchmal auch ein bisschen langsam. Ich wette, jeder, der diese Sendung gerade hört, hat es gecheckt. Ich glaube nicht. Doof. Okay. Nein, in Wirklichkeit ist es tatsächlich so. Wir waren eben schon, oder ich war schon verführt, mit dir genau über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe dich dann gebeten, dass wir das während der Sendung tun. Wir können ja gleich in die Vollen gehen und genau da einsteigen. Dass du tatsächlich einen sehr, sehr unüblichen Werdegang hast und eine Selbstverständlichkeit, mit der du durch eine Branche gehst, durch ein Piranha-Becken schwimmst. Sodass man denkt, okay, wow, also man sieht dir die Anstrengung nicht an. Du bist hübsch, du bist jung, du bist gesund, du bekommst tolle Angebote. Du bist als Mensch, du hast tolle Freunde, du hast eine intakte Familie. Wo ist das Problem? Kann man so überhaupt glücklich sein, wenn alles perfekt ist? Wo ist das Problem? Oder ist das das Problem? Ja, ich glaube, so ist es. Manchmal ist das das Problem. Also weil einem dann vielleicht auch schwerere Phasen oder so manchmal nicht zugestanden werden. Also auch von mir selbst. Und ich einfach, wie du sagst, unfassbares Glück hatte bei allem und bei ganz vielen Dingen. Das heißt aber natürlich gar nicht, wie bei jedem Menschen, dass da nicht totale Abgründe oder dunkle Phasen auch sind. Und trotzdem fragt man sich natürlich manchmal, wo kommt das her oder habe ich eigentlich das Recht dazu? Weil, wie gesagt, ich eigentlich sehr viel Grund habe, glücklich zu sein und es aber auch oft bin. Ich habe, das ist ja immer nur so eine laienpsychologische Geschichte, die mir widerfährt, ich komme nicht umhin. Weil wenn ich mich auf jemanden vorbereite und sehr viel über jemanden lese, komme ich nicht umhin, mir ein Bild zu machen. Und wir sind uns jetzt zwei, dreimal begegnet, aber wir haben uns ja noch nicht groß unterhalten. Und wir haben ja jetzt Gott sei Dank gleich die Zeit, etwas tiefer einzusteigen. Und was ich schon vorwegnehmen kann, ist, du wurdest geliebt und du wirst geliebt. Du kommst aus einem ganz intakten Elternhaus beispielsweise. Und das ist ja schon mal ganz viel wert. Das trägt ja auch zu deiner Persönlichkeitsfindung sicherlich bei. Naja, total, klar. Also ich meine, wenn du als Kind, wenn dir so viel Raum gegeben wird, alles mit Freude zu entdecken und dir auch einfach wirklich keine schlechten Gefühle gegeben werden, vor allem eben von den Eltern, dann prägt dich das fürs Leben auf jeden Fall. Und das ist erstmal aber, wie gesagt, einfach großes Glück. Ich habe mich dann gefragt, wie das ist, wenn du älter wirst und auch zum Beispiel Freunde in dieser Branche hast. Davon gehe ich aus, Freundinnen und Freunde. Und man muss wissen, dass 95 Prozent der Schauspieler, die in dieser Branche arbeiten, keine Jobs haben oder schlecht bezahlt sind. Und sich durch Synchron oder durch mehr oder weniger gute Theaterjobs versuchen, über Wasser zu halten. Also diese tollen Leute, die auch hier vor dem Mikro sitzen, die hier zu Gast sind, das ist die tolle leuchtende Spitze des Eistages oft. Wie begegnest du diesen Freundinnen und Freunden, die zum Beispiel wirklich mit einem Neid oder einem weißen Neid, einer Freude, aber dann schon auch einer anderen Situation auf dein Leben gucken? Meinst du den Freundinnen und Freunden, die auch meinen Beruf machen? Ja, aber dann nicht so viel Glück haben. Ja, also das ist schon so, dass ich, ich glaube, auch durch mein Elternhaus so aufgewachsen bin, dass ich eigentlich immer in mir, ich habe ein Grundvertrauen immer in das Gute und dass das Gute kommt. Und trotzdem organisiere ich mich auch so manchmal, dass ich oder stelle mich im Kopf darauf ein, dass es immer zu einer anderen Phase auch nochmal kommen könnte. Dass es immer sein kann, dass diese Phase jetzt, wo ich wirklich so viel tolle Sachen machen kann, aufhört oder weniger wird. Also das ist immer, glaube ich, da und präsent in meinem Kopf. Und ich, also ich habe jetzt gerade das aber auch gefragt, welche Freundin und Freundinnen du meinst, weil es ist schon auch so, dass natürlich viele, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder die von früher kenne, jetzt Sachen machen, wo sie noch gar nicht genau wissen, ob sie das machen wollen oder immer noch auf der Suche sind. und vielleicht ist da Neid oder, nee, obwohl Neid... Nein, das ist so ein böses Wort. Genau, ist ein böses Wort, aber vielleicht, genau, gucken die sich das an und denken, boah, wie toll und da hat er ja schon was gefunden. Und genauso merke ich aber wirklich, also ein Freund, den ich in Dortmund letztens besucht habe, der wohnt mit seiner Freundin zusammen, studiert da. Dortmund ist jetzt erstmal nicht die aufregendste Stadt, denkt man vielleicht als Berliner etwas hochnäsig so. Oder trotzdem gucke ich mir das dann an und beneide das dann doch auch total in dem Moment und denke, okay, das wäre vielleicht mein Weg gewesen, wenn das nicht so wäre. Und da steckt eine Normalität drin und was ich dann wiederum total mir manchmal wünsche auch oder mir herbeisehne. Okay, wir gucken, wir spielen jetzt erstmal deinen ersten Song. Ja. Wie geht's denn jetzt hier los? Nobody Knows. Nobody Knows. Was ist das für ein Song? Wo kommt der her? Nobody Knows ist ein Gospel-Song eigentlich. Ich weiß gar nicht. Axel Overkill von Helene Hegemann mit Jasna Fitzibauer. Das ist ein Film gewesen über Berlin und der hatte einen wahnsinnig tollen Soundtrack. Und dieser Song, da habe ich gemerkt, das hat sich so, ich weiß nicht, ist dazu gekommen, dass ich den öfters mal morgens so auf der Bettkante sitzend, noch völlig verplant, noch keinen Gedanken im Kopf höre und die Augen wirklich halb geöffnet habe und den lasse ich dann so wirken. Und der gibt einem ein ziemlich gutes Gefühl, um gut in den Tag rein zu starten. Also dachte ich, fängt man auch damit an. Ich weiß gar nicht, dass ich nicht so, ich weiß nicht, Der Schauspieler Janis Niewöner ist heute zu Gast. Erst erinnerst du dich an deinen ersten Berlin-Besuch, um da jetzt mal mitten reinzuspringen, bevor wir ganz an den Anfang gehen. Wir essen hier wirklich Kuchen, der gefährlich aussieht. Der sieht aus wie die höchsten Plateauschuhe, die ich jemals gesehen habe. Und gleichzeitig haben wir, der ganze Tisch ist ja voll mit Essen. Ich habe so eine Nuss gegessen und die war es. Aber jetzt bin ich wieder da. Woran musst du denken, wenn du das siehst? Guck mal, oder die Rückseite, noch mehr. Ja, okay, alles klar. Das ist eine getrocknete Feige, die aussieht wie ein ganz dicker Hintern. Ein nackter Hintern, der auf einem Fahrradzattel sitzt. Egal. Nee, mein erster Berlin-Besuch. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Es war ein traumatisches Erlebnis. Ich war noch sehr jung, 10, 11. Ich bin ja ein Kind vom Land. Und ich bin nach Berlin gekommen. Es war für den Film Neger, Neger, Schauensteinfeger. What? Ja, genau. Da war ich beim Casting. Ich habe es nicht bekommen. Wir sind aber damals an dem damaligen Hauptbahnhof, das war ja der Zoologische Garten, rausgekommen. Und ich weiß noch, wie diese Fülle an kaputten Menschen, die einem da entgegengekommen ist. Und die Gespräche, die wir irgendwie da mitbekommen haben und dieses ganz Fertige. Und ey, Alter, ich habe eine Wohnung. Hat sich irgendwo so eine, ja, so eine Junkie-Frau bekam, meinte das zu so einem Typen, den sie da gesehen hat. Und dann zitternde Leute. Das war so alles auf einmal. Und ich kannte das wirklich noch nicht. Ich hatte das noch nicht gesehen. Und ich weiß noch, dass mir das richtig so in die Knochen gegangen ist. Weil ich so behütet aufgewachsen bin und diese Welt gar nicht kannte. Aber es hatte ich offenbar, also ich weiß nicht, es muss ja in dir gearbeitet haben. Denn du wusstest ziemlich schnell, noch bevor du dann, also du wusstest, du würdest nach Berlin gehen. Du wusstest es schon mit 16. Ja. Ja, das ist wahr. Also es hat dir offenbar, hat es dir, hat dich die Angst gereizt, hat dich das Raue gereizt, dieser Bruch oder was war es? Ja, total. Also dieses Unbekannte. Also ich glaube, das ist ja, das begleitet mich total, der Gedanke von immer auch die eigenen Ängste angehen. Und wie macht man das eigentlich wirklich? Also und keine, sozusagen keine Angst vor der Angst zu haben, sondern das willkommen zu heißen. Und hauptsächlich merke ich es jetzt bei Filmen, die ich mache. Also wenn man so ein Neuland betritt oder sich in unsichere Gebiete wagt. So wie das bei Buck das erste Mal war, mit dem ich gedreht habe und der so eine sehr gute, ehrliche Art und Weise hat, mit einem umzugehen. Und sagt, ja, das ist doch scheiße, was du da machst, das sehe ich doch. Ich glaube, da hat er sich total drauf gefreut. Ich glaube, der wusste von vornherein, dass er dir das sagen würde. Ich glaube, egal wie gut du gespielt hast oder hättest, er wusste, er würde dir sagen, alter, was du machst, ist scheiße, das habe ich tausendmal gesehen, mach das nochmal besser. Das hat dir gefallen? Das hat mir gefallen, deshalb erzähle ich das auch immer wieder, weil das wirklich ein besonderer Moment war, wo ich für mich gemerkt habe, ja, stimmt. Und da danke, da ist jemand wirklich ehrlich mit mir, ohne verletzend zu sein. Und es geht aber darum, so die eigenen Sicherheiten auch mal zu überwinden und in die Unsicherheit zu gehen. Und ja, eben dem zu begegnen, was einem Angst macht oder einem unvertraut ist, um es zu verstehen oder um die Nähe dahin zu suchen oder einfach eine Offenheit dafür zu haben und nicht so mit Scheuklappen so schnell wie möglich da durchzugehen und das zu vergessen, weil es einen dann doch zu sehr interessiert, glaube ich, ja. Wir sind im Grunde schon bei der nächsten Musik, aber ich würde mir gerne natürlich noch die Einordnung dazu abholen. Sunrise, also es ist nicht die Sunrise, sondern es wird mit Y gespielt. Ja, ja. Und geschrieben? Ja, ja. Goose. Goose. Das ist ein Film, das ist ein Lied, das habe ich ausgewählt, nämlich als ich Beat gedreht habe, weil man ja schon auch immer viel oder ich viel mit Musik, ja, arbeite, wenn man so will, zumindest inspiriert sie mich oder macht mich wach für das, was ich da dann spiele. Und dieser Song war eben der Beat-Song, den ich dann nochmal im Trailer gehört habe oder so oder während der Zeit einfach sehr, sehr oft, weil das sowas zutiefst Erweckendes und auch Düsteres und Tragisches hat und alles in einem. Und sehr episch ist auch irgendwie das, was diese Serie dann auch eher sein sollte. Und ja, genau, das ist es eigentlich. Beat war eine Amazon Prime Video Serie, die 2018, glaube ich, rauskam, November. Du hast einen Club-Promoter gespielt. Es ging um elektronische Musik im weitesten Sinne, Organhandel, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, also die ganze Palette. Alexander Fehling war dabei, Hanno Koffler und Carolina Herford zum Beispiel. Genau, Kostja Ullmann, vielleicht vertiefen wir das auch später nochmal. Jetzt also elektronische Musik. Jawohl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also es läuft gut, du hast viel Energie. Hast du immer schon viel Energie gehabt? Ich glaube schon. Ich habe aber auch, haben wir gerade schon mal drüber geredet, jetzt auch vor drei Jahren wieder Sport für mich entdeckt und so und auch mal Meditation. Ja, wir haben geheim darüber geredet, aber nicht mit offenem Mikro. Jetzt habe ich gesagt, ist das an? Und ja, nee, also das gibt einem schon nochmal Energie. Man muss schon gucken, dass man damit haushält, irgendwie während so einem Dreh vor allem. Wenn du so 55 Tage am Stück drehst zum Beispiel, dann musst du echt gucken. Wie schaffst du das, dass du jeden Tag mit der gleichen Energie und mit der gleichen Motivation für die Geschichte vor allem auch, auch so in dem letzten Teil irgendwie noch ans Set kommst. Aber es geht. Und wie ist die Antwort? Wie machst du das? Also eben durch Zeiten, die ich mir selber gebe, durch eine Auslastung, die abseits vom Set stattfindet, also eine körperliche Auslastung oder auch vielleicht mal einfach einen Film gucken oder mit Freunden sein und Energien, die man nutzen kann am Set irgendwie, weil man ja doch in einem familiären System da drin ist. Und wenn du da Leute hast, nicht schlecht. Entschuldige. Der Hund ist gerade völlig unverhofft hier in die Szene gesprungen. Nee, aber genau, also du kannst die Leute, denen du da jeden Tag begegnest und die ja wirklich wie, also ja, das gibt ja auch eine Energie. Wolltest du gerade sagen, die wie eine Familie oder was wolltest du sagen? Die wie eine Familie sind, ja, 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 total. Also denen man wirklich die ganze Zeit begegnet und wo man das Gefühl hat, da kann ich mich fallen lassen und da habe ich Spaß. Und da kann ich auch mal eine Pause nutzen mit denen so. Und ja, also es gibt viele Orte, wo man sich so die Energie holen kann, würde ich sagen. Bist du empfindlich und empfindsam für so Stimmungen? Weil, was man ja auch als Laie weiß, ist, dass diese Atmosphäre am Dreh extrem intensiv ist. Unter Umständen kannte man sich vorher nicht. Man rauscht zusammen, wenn man Glück hat für 30 Drehtage. Es wurde ja, überall wird gespart, das heißt irgendwie, es wird weniger gedreht. Aber was du jetzt gerade sagst, vielleicht mal ein Zweiteil, ein Dreiteil, dann sind es plötzlich 50 Tage. Und es ist eine sehr, sehr intensive Zeit und plötzlich entsteht so wie so ein Familiengefühl. Es kann aber auch sein, dass da komische negative Gefühle, Rivalitäten entstehen oder dass da jemand, vielleicht ein Regisseur oder eine Regisseurin, komisch drauf ist oder so. Bist du dafür empfänglich? Bist du zum Beispiel jemand, der versöhnt? Oh ja, ich glaube grundsätzlich schon. Ich meine, es gibt immer so die Unterschiede zwischen, also ich will gerne eine Diskussion immer eingehen und Konfrontation. Ich glaube, das ist was, da muss ich mich auch manchmal hinbewegen. Aber das finde ich total wichtig. Also das ist was, was ich lernen will. Aber diese Vibes, die sich so verändern und die Atmosphäre, die manchmal wirklich ins Negative gehen kann, bis zu dem Punkt, wo es wirklich kontraproduktiv ist. Da habe ich, glaube ich, so meine Techniken, dem aus dem Weg zu gehen, also das bei mir selber nicht entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist am allerwichtigsten, also dass ich für mich selber das nicht an mich rankommen lasse und mich dann lieber so rausziehe. Und wenn es so Ungerechtigkeiten gibt, dann bin ich schon, glaube ich, jemand, der versucht zu versöhnen. Oder vor allem, das ist ja immer das Wichtigste. Also wenn eine Ungerechtigkeit passiert, dann muss man ja immer davon ausgehen, dass das Gegenüber nicht so weit kommen darf. Das muss man sich zur Aufgabe nehmen, dass du selber davon dich jetzt so angreifen lässt und einen Schritt noch weiter zu gehen und zu wissen, dass der das auch gar nicht so meint. Also dass der das eigentlich nicht will, dass das aus einem Komplex heraus passiert oder so. Und ich finde, es gibt so Techniken, wo man vielleicht versuchen kann, in den anderen hineinzusehen, sodass man das für sich richtig bewerten kann. Und das ist aber eine totale Arbeit und das ja passiert immer wieder. Wir hatten neulich eine Sendung mit Thomas Thieme, einem sehr erfahrenen, älteren, tollen, großartigen Schauspieler. Und mit dem sprach ich auch kurz über dieses Thema, weil es oft vorkommt in Theaterensembles. Es gibt immer noch diese Patriarchen, die ja auch gerne als Genies gefeiert werden und die vielleicht auch sehr außergewöhnliche Talente haben und deren Rücksichtslosigkeit und Frechheit eben damit auch oft entschuldigt wird. Und wo es passieren kann, dass ein, zwei Ensemble-Mitglieder vor allen anderen irgendwie zum Minder gemacht werden, klein gemacht werden. Und wo man sich auch fragen muss, wie verhält sich der Rest des Ensembles? Muss man da nicht solidarisch sein? Wie verhält man sich so? Wo er auch sehr selbstkritisch war, wo er auch gesagt hat, also jetzt in der Rückbetrachtung hätte ich damals, er macht jetzt nicht mehr so viel Theater, aber hätte ich damals tatsächlich häufiger mal meine Stimme auch erheben müssen. Und du bist natürlich, das ist natürlich eine sehr kluge Antwort, eine psychologische Antwort, wenn du sagst, das geschieht aus einem Komplex heraus. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Stimmung erst mal da ist. Es ist ja erst mal da. Ja, 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 absolut. Aber man kann da eine andere Stimmung gegensetzen. Das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist meine und das ist vielleicht auch irgendwo eine Selbstkritik, dass ich da nicht derjenige bin, immer direkt, der dann selber nochmal, wie sagt man, das so anfeuert oder beziehungsweise da so reingrätscht, sondern ich glaube, dann kümmert man sich vielleicht um die Person, die dann da verletzt wurde oder dann bringt man ein anderes Gefühl da rein. Das glaube ich, geht total. Und ich finde wirklich auch am meisten, also ja, das mag auch wieder eine psychologische Antwort sein, aber man weiß das ja, am schlechtesten geht es der Person, die das gerade so macht, also die sich gerade so verhält. Ist das denn so? Also ich meine, diese Sonnenkönige, denen geht es doch nicht wirklich schlecht. Natürlich, natürlich geht es denen schlecht. Ich glaube, also du, ich glaube, dass sowas kann, sowas passiert nicht, wenn du nicht irgendwie innerlich eine totale Unzufriedenheit hast. So, ich glaube nicht, auch wenn die glauben, dass es ein schönes Gefühl ist, das irgendwie so sich veräußern zu können, daran glaube ich nicht, dass so jemand glücklich ist oder dass es so jemandem gut geht. Okay. Wir spielen Musik von dir. Ja. Und dann müssen wir endlich, weißt du, wer auf uns wartet? Krefeld Hüls wartet auf uns. Ach, wie schön. Wo du zur Welt gekommen bist, das muss wirklich schön gewesen sein. Ja, ist schön, ja. Mega, nee, Quatsch. Annenmai Kantereit spielen wir jetzt. Oh ja, Tommy, ne? Tommy spielen wir, genau. Ja. Kennst du die Band, kennst du die Jungs? Ich kenne die nicht, nee. Ich habe die aber, glaube ich, vor sechs Jahren oder sieben Jahren, und das ging ja erst in den letzten zwei, drei Jahren so richtig los bei denen, glaube ich, wurde bei uns zu Hause so eine CD verschenkt, die halt die Lara, die in Köln wohnt, hatte die gesehen auf der Straße und hat dann diese CD gekauft. Und ich war bei einem Konzert, wo da nur noch 100 Leute waren. Aber vor allem ist dieses Lied ein Brief an einen Freund und eine Liebeserklärung an die Heimat. Er, der jetzt in Berlin wohnt auch und gerne nach Köln irgendwann wiederkommen will. Passt doch als Übergang perfekt. Total, ja, absolut. Und ich bin kein Kölner, aber trotzdem, ich glaube, man kann aus Burgstehude kommen und man wird sich wirklich, also man wird Heimschmerz haben. Und ich, ja, ich weiß, ich habe dieses Lied gehört und diese Aufnahme gesehen, als ich sehr verkatert morgens im Hotel saß in Paris und mir liefen die Tränen so runter. Ich habe es gar nicht gemerkt. Es ist ein wunderschöner Song. Tommi, ich glaube, ich habe ein Weh. Tommi, ich will mal wieder am Rhein stehen, einfach hineinsehen, zuschauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommi, ich glaube, ich habe ein Weh. Tommi, vielleicht liegt es am Licht und wie es sich gerade bricht. Oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommi, vielleicht ruf ich an, damit du sagst, irgendwann, irgendwann, irgendwann. Fangen wir hier zum letzten Mal von vorne an. Janis, ziehst du zurück in die Gegend? Wirst du da deine Familie gründen? Ah, das weiß ich noch nicht. Aber eine Möglichkeit ist es natürlich, ich meine, allein, weil meine Eltern da sind auch. Meine Mutter kümmert sich jetzt sehr viel um ihre Mutter, die auch da in der Nähe ist. Und so richtig kann man sich das natürlich nicht vorstellen, dass wenn die Eltern dann so alt werden, man dann nicht da ist. Andererseits können die auch hier hinkommen. Also da gibt es noch, das weiß ich noch nicht. Bettina, was stellst du mir hier für Fragen? Alle guten Gaben, alles, was wir haben. Komm, du Herr von dir, wir danken dir dafür. Habe ich das mal erzählt? Ist das die Oma, um die es jetzt gerade geht? Richtig, ja. Du sagst nicht meine Oma, du sagst ihre Mutter. Ja, meine Oma, richtig. Ist das auch ein Mehrgenerationenhaus gewesen? Oder ist es nach wie vor ein Mehrgenerationenhaus, in dem du lebst? Es ist... Gelebt hast früher, indem du aufgewachsen bist, so muss es sein. Genau, genau. Da wohnt meine Oma nicht, aber da sind, nee, da sind wir, alle Kinder sind da raus, ja. Alle Kinder, jetzt geht mal nicht so an, du bist Einzelkind. Ich bin Einzelkind, aber wir sind da mit mehreren Kindern groß geworden, ne? Beschreib mal. Also es ist Krefeldhütz, es ist am Rande eines Dorfes, kann man Dorf sagen? Ist das ein kleiner Ort? Ja, genau, richtig. Am Rande eines Dorfes eigentlich, oder es hat schon, glaube ich, so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 12.000, 13.000 Einwohner. Also es ist ein großes Dorf neben der Stadt und wir wohnen am Rand dieses Dorfes, an den Feldern, sehr schön. Und da bin ich in einer WG aufgewachsen, sozusagen. Am Anfang waren es drei Familien, dann noch zwei, eben meine Eltern und ich und eine andere Familie, mit denen ich den Großteil meines Lebens so zusammengelebt habe. Und ein, war es ein Bauernhaus, oder wie würdest du das... Es ist ein alter Bauernhof, ohne Tiere sozusagen, ne? Habt ihr, ihr müsst auch wenigstens Katzen haben. Hatten wir und die ist dann aber irgendwann... Überfahren worden. Nee, einfach, ich weiß es gar nicht mehr, was mit der passiert ist. Ich war nie so ein Tierliebehaber, ich hab das irgendwie vergessen. Das kann doch nicht wahr sein, da wohnt man auf dem Land. Ja, das mag ich sehr gerne hier, Daniel. Er macht alles richtig. Noch gerade noch zu retten. Aber Annie mag ich sehr gerne. Ja. Gut, naja, ist ja nicht so schlimm. So. Ein Mädchen und ein Junge sind mit dir zusammen groß geworden. Und du hast eine Cousine und einen Cousin. Richtig. Dan oder Dan und Lou. Richtig. Und ihr habt ein erstes Theaterstück geschrieben als Kinder. Da wart ihr sieben oder acht. Viele. Viele. Wir haben sehr viele Stücke zusammen produziert. Und sie aufgeführt, wo aufgeführt? In der Schule oder bei Familienfeiern oder? Ja, viel zu Hause. Also ich glaube, wir waren, haben uns eigentlich jeden Sonntag war so die Familie miteinander und dann wurde das oft immer gemacht. Dann haben wir so kleine Stücke. Also auch oft haben wir Filme geguckt und haben die dann nachgespielt oder wir haben uns irgendwas einfallen lassen. Oft ging es auch nur ums Verkleiden. Und manchmal haben wir aber auch so kleine Sketche irgendwie so dick und doof, war mal eine Zeit lang. Das haben wir dann auch mal auf einem Festival in dem Theater von meinem Vater aufgeführt. Vielleicht müssen wir oder sollten wir an dieser Stelle mal über dieses Theater sprechen. Deine Eltern sind oder waren Lehrer. Machen sie das noch? Ja, nee, mein Vater nicht mehr. Meine Mutter ist noch in der Schule, ja. Okay. Und dein Vater hat ein eigenes Theater, das Komma-Theater. Richtig. Da geht jetzt die Legende. Es ist ja irgendwie mal in der Mitte der 70er, glaube ich, gegründet worden. Ja. Es hieß anders irgendwie Pfannkuchen oder Reibekuchen. Ja, richtig. Und es ist umbenannt worden auf dein Geheißen, weil du das, stimmt das? Oder ist das einfach nur eine süße Geschichte? Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich ja, glaube ich, erst vier oder so war. Aber mein Papa erzählt die Geschichte so, ja. Ich habe bisher jetzt auch noch mir nie die Frage gestellt, ob das vielleicht nicht stimmen könnte. Nee, das war so, dass er da mit dem Oberbürgermeister oder da dem Büro telefoniert hat. Und er, die brauchten noch einen Namen. Und irgendwann kam ich rein und meinte, Papa, Komma, Komma. Und weil es ein Kindertheater ist, dachte er irgendwie, glaube ich, dann, Komma, Komma ist gut. Komma. Komma. Zack. Da war der Name geboren, das Kinder- und Jugendtheater, das es heute noch gibt. Und in dem du, in Duisburg, muss man dazu sagen. Richtig. Duisburg-Heinehausen, ja. Er hat da, er spielt da auch, er singt da auch, Musik hat auch eine große Rolle gespielt. Ich habe in irgendeinem alten Interview gelesen, dass du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen, inspiriert vom Film Bandits. Ja, richtig. Aber das wiederum ist irritierend, weil der Film kam, glaube ich, sieben, da musst du fünf gewesen sein. Nee, das, ja, 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 genau, das ist richtig. Aber ich habe den dann erst gesehen. Also wir haben, ich habe viele Filme geguckt zu Hause und einer davon war Bandits, der dann irgendwann auf VHS da war und wahrscheinlich sogar aufgenommen. Also wir hatten so eine Riesensammlung an VHS-Kassetten, das war alles nummeriert und meine Eltern haben dann immer auf Record gedrückt. Nummeriert? Nummeriert. Dann doch ganz schön, also wie soll ich jetzt sagen, ich mag das Wort spießig ja gar nicht, aber doch ein sehr geordneter. Ein geordneter Haushalt, aber in so einem, ja, weiß ich nicht, freilebigen Konzept auf jeden Fall, ja. Und Bandits, Katja Riemann und diese letzte Szene, dieses Lied. Nicole Kreditz. Ja, genau, Jasmin und also die ganze Gruppe und dieser Soundtrack dazu und dieses letzte Lied, Catch Me, hätte ich eigentlich heute auch auf die Liste setzen können. Aber genau, das fand ich so cool, dass ich gesagt habe, ich will Schlagzeug spielen. Du hast auch ein kleines Musikstudio bei dir in der Wohnung, oder? Ja, genau, das habe ich jetzt, ja, habe ich jetzt gerade nicht mehr so, verfolge ich das nicht mehr so. Ich habe das aber viel gemacht, so mit 15, 16 noch so rumgespielt. Das gehörte zu den Sachen, wo ich dann halt schon Geld verdient habe früh und mir immer eine größere Sache kaufen konnte. Und da habe ich mir über die Jahre so ein kleines Studio aufgebaut. Was hast du denn von deinem ersten Honorar? Ich glaube, das ist dann die erste Rolle, die du bekommen hast über die Beziehung deines Vaters, beziehungsweise nicht über die Beziehungen, sondern er wurde gefragt, ob er nicht eine Idee hat. Und letztendlich kam es dann dazu, dass du an einem Casting teilgenommen hast. Und ich glaube, das erste war, war es der Tatort, die erste Rolle? Richtig, ja, 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 Münsteraner Tatort, ja. Weißt du noch, was du dir von deinem ersten Honorar gekauft hast, als Acht- oder Zehnjähriger? Ja, Zehnjähriger oder Elfjähriger. Ja, das stand sogar damals in der Zeitung. Ich durfte mir dann immer so ein Teil nehmen. Also meine Eltern haben immer ganz genau darauf geachtet, also der Hauptteil, der kommt auf so ein Konto und du darfst dir eine kleine Sache aussuchen. Und klein war dann eigentlich groß damals, weil ich mir so ein gebrauchtes Rennrad geholt habe. Das stand damals auch fett in der Zeitung. Das war mir total peinlich. Was stand da? Naja, von seiner ersten Gage kaufte er sich ein gebrauchtes Rennrad. Das ist doch ein super Signal im Zeitalter des Recyclings. Das sollte heute wieder in der Zeitung stehen. Heute wäre es besonders cool. Heute hätte wahrscheinlich auch ein Elfjähriger kein Problem mit der Überschrift. Stimmt. Toll. Es ist jetzt genau bergfest. Die Hälfte der Sendung und die Hälfte des Podcasts. Okay, alles klar. Dann stoßen wir gleich an. Megalo hast du mitgebracht. Megalo, ja. Ich bin gar nicht mehr so sehr im Rap-Ding drin, aber ich habe das schon immer viel und gerne gehört, finde. Aber der wird zunehmend belangloser von dem, was ich höre. Ich kann es, wie gesagt, nicht genau sagen. Aber es gibt noch so ein paar wirklich gute. Afrop war ja auch hier. Ja. Und Megalo eben auch. Das ist ein unfassbarer Wortakrobat. Und dieses Lied, ich weiß nicht, ich finde es immer toll, wenn du ein Lied hörst und einen Text, wo du auch nicht genau weißt, worum es geht, aber du kriegst eben ein starkes Gefühl. Und das ist so ein Pusher-Song. Der pusht mich irgendwie. Da steckt so drin, alles ist möglich. Du kannst der Beste sein und hau rein. Zuerst war es schwarz. Danach kam das Licht. Danach kam das Ich. Und zuerst war es brav. Zuerst war es Spaß. Und merklich kam der Wert von einem sehr krassen Vers. Danach ins Maß. Man kann mehr machen. Radio 1 Hörbar. Prost. I know so many places in the world. I follow the sound. In my silver plane. Universal Traveller. Universal Traveller. Universal Traveller von Air. Radio 1. Die Hörbar rust. Heute mit Janis Niewöhner. Und wenn Sie jetzt gesagt haben, oh nein, dann habe ich ja die erste Hälfte verpasst. Habt ihr schon über aktuelle Arbeiten gesprochen, über aktuelle Projekte. Dann kann ich euch und Sie beruhigen. Nein, haben wir noch nicht. Das steht noch an. Aber Sie und ihr könnt auch diese Sendung, dieses Gespräch als Podcast nachhören, wie viele andere auch. Und uns eine E-Mail schicken bei Bedarf. Hörbar at radio1.de Lass uns versuchen, chronologisch ein bisschen vorzugehen. Du hast diese Schauspieler und es ist ja keine Theateraffinität. Das ist ja das Interessante. Du hast zwar im Kindertheater deines Vaters, bist du in Berührung damit gekommen. Hast du da auch erste Rollen gespielt eigentlich? Nee, nicht wirklich. Es ging wirklich los mit dem Tatort? Also wenn dann auch richtig? Ja, ja, ja. Ja, schon. Ja, oder was heißt, wenn dann richtig? Ich meine, das war einfach immer, ich kann das immer nur erklären, so von meiner Rolle aus als Zuschauer bin ich auch immer jemand gewesen, der von Filmen maximal mitgenommen wurde, von den Richtigen. Dann erzähl mal, was waren so prägende Filme deiner Kindheit und Jugend? Ach, also das weiß ich nicht. Das allererste, woran ich mich erinnern kann, ist Michel von Lönneberger. Also vielleicht so der erste Film, wo man sich selbst so reinprojiziert und dann raus ins Leben geht und das genau so erleben will, wie Michel von Lönneberger. Und da so angespornt wird fürs Leben. Das ist ja sehr, er hat ja rebelliert. Ja, er hat ja auch Grund zu rebellieren. Er hat ja einen wahnsinnig strengen Vater. Du bist ja aufgewachsen, voller Liebe und ich will jetzt nicht sagen ohne, du bist bestimmt nicht anti-autoritär erzogen worden, aber wenig Grenzen, ist das richtig? Ja, mit einem gewissen Freiraum einfach, der schon vielleicht in diesem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das teilweise sehr konservativ schon geprägt ist. Das war schon sehr, sehr offen und frei bei uns, aber nicht anti-autoritär. Also meine Mutter war schon streng, wofür ich ihr sehr dankbar bin, weil mein Vater das gar nicht war. Und wenn jetzt Michel also so eine Figur war, in der du dich ganz gerne orientiert hast, das war ein süßer Junge, aber es ist ja eigentlich echt ziemlich fies, was dem, der wollte ja nie was Böses und es ist ihm dann aber doch passiert. Diese ganzen Sachen sind ihm passiert und er ist ganz schön hart. Also heute würde es wahrscheinlich eine Anzeige beim Jugendamt geben, so für den ganzen Tag in so einen blöden Stall eingesperrt zu werden und was weiß ich nicht noch alles. Ganz schön gemein und dieser blöde, strenge Vater. Da ist ja eigentlich Pippi Langstrumpf die Person, in die man sich eher hineinwünscht als in Michel, oder? Ich weiß es gar nicht. So habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht, warum der das jetzt gerade war. Aber ich glaube, als Kind war das einfach, weiß ich nicht, ein Abenteuer, was man gesehen hat oder auf das man auch selber Lust hatte. Ich weiß auch nicht, was so die nächsten Filme waren, aber ein Film ist ganz stark Good Will Hunting immer, den ich total liebe, einfach weil der so tolle Geschichten über Freundschaft erzählt und wo jede Szene für mich stimmt. Und natürlich die Geschichte, die dahinter steckt, dass Ben Affleck und Matt Damon das zusammen geschrieben haben und dann auch gesagt haben, dieser Film wird nur gemacht, wenn wir die Hauptrollen spielen können und so. Also die Geschichte, die dahinter steckt, passt zu der Energie, die der Film hat und das finde ich toll. Erinnerst du dich daran, welche Ängste du hattest? Du hast vorhin über Ängste gesprochen und dass du eigentlich heute bestrebt bist, das aufzubrechen. Ich kann mir zwar im Moment schlecht vorstellen, was deine heutigen Ängste sind. Was fällt dir ein, wenn ich dich über heutige Ängste befrage? Also ganz viel. Na gut, Ängste ist vielleicht dann auch nicht immer richtig. Also so Respekt habe ich vor meinem nächsten Dreh auch, wo ich Felix Kohl spiele, also in Thomas Mann Sprache sprechen muss. Und weiß, das ist Neuland für mich einfach, diese Art und Weise mit Sprache umzugehen und mit Sprache zu spielen auch. Das wird echt neu für mich. Und ich habe das vorher noch nie gemacht und ich habe da aber keine Angst. Das ist falsch, weil ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich wollte es gerade sagen, es klingt jetzt so ein bisschen vermessen, weil ich kenne dich gar nicht. Ich glaube, du brauchst genau diese Dinger. Weil wenn dir die Sachen zu leicht fallen und wenn du zu schnell zu viel Beifall kriegst, dann langweilt dich das vielleicht auch irgendwie. Ja, Ängste ist dann vielleicht auch wirklich an vielen Stellen das falsche Wort. Gibt es eine Angst, die du mir verraten würdest, eine, die dir einfällt? Das kann ja ein Hirschkäfer sein. Okay, also ja, eine Sache, wo ich echt immer, das fällt mir immer als erstes ein, ist, dass ich mitten im Meer aufwache oder also auf einmal mitten im Meer bin und ich kann mich über Wasser halten. Und ich sehe aber um mich herum nichts, es ist einfach nur Meer. Und ich bin eigentlich machtlos und weiß, ich kann mich nicht bis zum Land fortbewegen, ohne zu sterben oder so. Keine Ahnung. Also es ist ein Traum, also dass du, bist du mal mit einer Luftmatratze irgendwie so, bist du mal eingeschlafen, bist du mal so ein bisschen rausgetrieben worden? Nee, ich hatte da kein traumatisches Erlebnis. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich war nie besonders, ich glaube, dass einem so viele Dinge, die man, also so viele Fähigkeiten, die man an Land hat, hat man im Wasser nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Aber vielleicht hatte ich es auch schon mal im Traum. Wasser war einfach nie mein Element irgendwie. Okay, das heißt, weil du ja jemand bist, der sich seinen Ängsten stellt, wäre in der nächsten Konsequenz ein Surferfilm. Ja, tatsächlich. Das nächste wäre jetzt entweder irgendein Klabautermann-Film. Das wäre das nächste, was er sich wünscht. Vielleicht machen wir das mal. Also jetzt erstmal Felix Krohl, dann kommt diese super Zeichentrick-Geschichte. Das heißt nervösisch. Janis Niewöhner spricht. Janis Niewöhner. Ja. Wow, innerhalb von zwei Stunden planen wir hier die nächsten zwei Jahre. Dann kommt irgendwie, genau, dann kommt irgendeine Piraten-Geschichte. Genau. Und jetzt überleg mal, wir spielen jetzt mal den nächsten Song und vielleicht würdest du mir nochmal danach sagen, was als Kind, wovon du dich als Kind gefürchtet hast vielleicht. Aber lass uns erstmal gucken, was der, jetzt kommt nämlich Just a Gigolo. Ah ja, Just a Gigolo. Also hat mich immer begleitet, der Song. Angefangen damit, ich habe immer auf den ganzen Autofahrten mit meiner Mutter, hat die mir viel Musik gezeigt, immer so in die Blues-Jazz-Richtung. Und ich weiß nicht, das ist so ein Song, der fängt so ganz smooth an und steigert sich dann in den absoluten Exzess. Und es wird zusammen geschrien. Und das ist so ein Song, den man wirklich, also klar, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so einen gewissen Pegel erreicht hat. Und du bist auf so einem, bei mir sind das immer so Abschlussfeste mit einem Team oder so. Und es ist so fünf Uhr morgens und du machst dann nochmal diesen Song an. Es werden alle wach und es werden alle zusammengeführt. Und deshalb, es ist ein wirklich schöner Song, aber auch ohne Alkohol natürlich. Und jetzt ein Gigolo und everywhere I go, people know the part I'm playing. Made for every dance, selling its romance, oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo's, life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Made for every dance, selling its romance, oh, what they see. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me, when the end comes, I know they'll say just a gigolo's, life goes on without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's no matter, cause for me there's no matter, cause for me there's no matter, cause for me. Der Schauspieler Jannis Niewöner ist zu Gast und bevor wir jetzt zum Hier und Jetzt kommen, gehen wir noch kurz ins Damals. Weißt du, was dich damals ängstigt da? Ja, ich überlege gerade noch die ganze Zeit. Nee, wenn es nichts gibt, will ich das gar nicht aus dir heraus... Nee, da sprudelt nichts aus mir heraus. Locken. Ist ja auch ein gutes Zeichen, dann hast du dich offenbar relativ furchtlos bewegt. Ja, oder es war so schlimm, dass ich es verdrängt habe. Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass es so war. Aber haben dir deine Eltern jemals erzählt, dass du als Kind über den Ozean in einem kleinen Bastkörbchen zu ihnen kamst? Auch das nicht. Ich weiß nicht, woher diese Geschichte kommt. Ich weiß es nicht. Hast du eigentlich Moses? Ach komm, ist scheißegal. Irgendwann werden sie es dir erzählen und dann... Mal gucken. Ich dachte, das wäre eingraviert worden auf dieser Statue zum European Shooting Star. An dem Abend wollten sie es dir eigentlich sagen, weil, ich meine, so eine Statue, wo steht die bei dir zu Hause? Die ist in ihrem Karton, aber der steht im Regal. Ja, ja. Aber der steht im Regal, okay. Ja, ja. Als du nach Berlin gezogen bist, kurz nach dem Abitur, man muss dazu sagen, dass du dich mit 16 schon mal bei der Ernst Busch beworben hast und durchgerasselt bist, was gut war letztendlich, wahrscheinlich sogar, mit dem Theater hattest du es eh nicht so. Du bist gleich in die Filme gegangen. Ja, also ich glaube, das war eben so, wie gesagt, dass ich als Zuschauer immer mich am meisten habe beeinflussen lassen von Filmen. Und beim Theater war das selten so. Beim Theater war aber auch immer, glaube ich, eine Art von Komplex da, dass ich immer auch dachte, warte mal, manchmal ist es ja auch so beim Theater, dass man denkt, ich darf gar nicht alles verstehen oder so. Ich bin nicht belesen genug oder so. Dabei geht es darum ja gar nicht. Also im Moment kann ich mich mit dem Theater immer mehr anfreunden. Ich weiß aber, dass ich da so mit 18, 19, glaube ich, totale Komplexe einfach hatte und mich deshalb auch eher so davon entfernt habe. Aber mehr und mehr wage ich mich da so ran und habe jetzt auch ein paar gute Sachen gesehen. Okay. Also du bekommst ja noch dieser ersten Tatortrolle, ging es bei dir sofort los und auch mit großen Filmen, die dich innerhalb kürzester Zeit zumindest bei einer bestimmten Zielgruppe sehr, sehr bekannt und sehr erfolgreich machten. Also auch altersgemäß, angemessen, TKKG, hilf mir mal weiter, dann gab es die wilden Hühner und die Liebe, dann gab es Sommer 2008 mit Sonja Gerhardt und dafür hast du dann einen Coach bekommen für zwei Jahre. Quatsch, für zwei Wochen. Ja, für zwei Wochen, ja. Aber das war schon auch sehr intensiv, diese zwei Wochen, ja. Genau, ja, du willst darauf hinaus, dass das so... Dass das der Moment war, wo du bemerkst, dass du das als Beruf tatsächlich auch wahrscheinlich machen wirst. Ja, ich glaube, dass das da anfing irgendwie, weil ich einfach weiß, dass ich so gezerrt habe von diesen zwei Wochen, weil ich so ein ganz neues Bewusstsein bekommen habe dafür, was die Schauspielerei ist. Und also, dass es eben nicht nur Abenteuer und reine Spielfreude ist, sondern dass man dafür so viel tun kann, gar nicht genug, um so dem näher zu kommen, was man da spielt. Und ich habe auch das erste Mal verstanden, dass das wirklich ein Beruf sein kann, wenn man den richtig angeht und wenn man den richtig ausübt. Und dass du dann vielleicht für immer das machen kannst, was du liebst. Und das ist ja eine ziemlich schöne Aussicht, ne? Wir reden immer noch von einer Zeit, in der du zur Schule gehst. Und tatsächlich, wenn ich mir überlege, was du in dieser Zeit alles gemacht hast, da ist ja auch ein großer Teil der, warte mal, du hast Abitur gemacht, 2011 ungefähr, kommt das hin? Rubinrot, das ist der erste Film dieser Edelstein-Trilogie gewesen, der kam 2012 raus. Das heißt, dass du im Abiturjahr, im Prüfungsjahr auch gedreht hast. Ja, das kann gut sein. Wie hast du diese ganzen Fehlzeiten, Gangs gab es noch, also es gab irre viele Filme. Wie hast du das kompensiert? Hattest du die Lehre alle auf deiner Seite? Ja, durch meinen Vater, der immer zu jedem Elternsprechtag hingegangen ist und gesagt hat, wir kriegen das hin und wir machen das und wir haben Nachhilfe in den Ferien. Das hatte ich auch oft, Nachhilfe in den Ferien, weil ich wirklich jedes Jahr immer ein paar Mal gefehlt habe. Ich habe aber jetzt gerade auch gedacht, ich habe immer nochmal Albträume, wo ich so denke, ist es kurz vor der Prüfung beim Abi. Weil ich so sehr wusste, ich wusste schon in der 11. Klasse, dass ich weg will, aus Krefeld auch und nach Berlin will. Und dann hatte ich mir extra, dann hatte ich die Abiturprüfung geschrieben und habe mir eine Wohnung gesucht in Berlin, bevor ich das Zeugnis bekomme, damit ich da nicht mehr hätte zurückgehen müssen, falls ich es nicht bestanden habe, was durchaus eine Möglichkeit war. Du hättest so schön nach Zehlendorf ziehen können, du hättest so schön nach Charlottenburg ziehen. Also deine Mutter, was hat sie gesagt, als du ihr gesagt hast, Wedding? Ja, 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 genau, stimmt, stimmt. Die war mit ihrer Klasse mal in Berlin und da hatten sie so einen Stadtführer und der hat gesagt, also ihr dürft euch jetzt mal ein paar Stunden frei bewegen, ihr könnt auch überall hinfahren, fahrt nur nicht nach Wedding. Ja, da war sie sehr beunruhigt, die Arme. Wie lange hast du in Wedding gewohnt? In zwei Jahren, ja. Dann, weiß ich nicht, du bist sehr lange mit deiner Kollegin Emilia Schüle zusammen gewesen und ich weiß, dass sie, oder habt ihr da zusammen gewohnt in Charlottenburg? Ähm, nee, in Wedding, nee, 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 also ich hab nie in Charlottenburg gewohnt. Aha, du hast immer in Lichtenberg gewohnt? Mhm. Verstehe, also relativ im Osten, doch ganz im Osten. Ja, ja, ziemlich im Osten, also am Anfang dachte ich viel zu weit draußen irgendwie, aber es geht total. Dank Gentrifizierung wohnst du fast schon im Zentrum. Ja, das ist so, zwei Stationen bis zum Ring und dann bist du überall und in Neukölln oder Kreuzberg bin ich eigentlich am meisten oder Friedrichshain und das ist da total in der Nähe. Und du hast in einer WG auch da gewohnt oder hast du da gleich alleine? Nee, ich hab da lange auch in einer WG gewohnt mit einem meiner besten Freunde, ja. Und der ist jetzt weg. Der ist jetzt weg. Bist du in der Wohnung geblieben oder hast du dir eine neue gesucht? Ich bin in einer anderen Wohnung. Okay. Genau, ja. Ja, okay, viel persönlicher kann es jetzt gar nicht mehr werden. Ja. Wo liegt dein Zweitschlüssel? Hast du so einen ganzen... Also es gibt so eine Matte. Genau, warte ich gerade mal. Und da sieht aus wie ein Stein, ist aber ausgehöhlt. Ja. Das ist ganz tricky. Sagst du Bon Iver oder Bon Iver? Oh, Bon Iver. Ich hab aber auch keine Ahnung. Kann sein, dass das ganz anders heißt. Ich hab den erst letztes Jahr so richtig entdeckt für mich eigentlich. Sagst du 715 Creeks oder 715 Creeks? Creeks. Okay, und wie kommt dieser Song auf deine Liste? Einfach, weil, wie gesagt, ich hab den das letzte Jahr so bewusst erst das erste Mal wahrgenommen. Und viele hören den ja schon ganz lange und ich finde, weiß ich nicht, ich finde wirklich, das ist ein genialer Musiker, der so Singer-Songwriter-Lieder macht letztendlich, aber völlig neu und eigenverpackt. Und ich glaube, der sammelt so ganz viele Sounds auch aus dem Leben. Also, weiß ich nicht, auf der Straße nimmt das auf und verarbeitet das in seine Lieder. Und das ist jetzt eben ein Lied. Der spielt auch viel so mit der Stimme rum und so Soundeffekte sind auf der Stimme. Und das ist ein Lied, da gibt es keine Instrumente, sondern nur seine Stimme. Und wie sehr das trotzdem aber, ja, ins Herz geht, ja, ist schön. Hörst du Musik beim Laufen? Ja, ja. Okay, machst du dir Playlists dafür? Nee, jetzt wo du es sagst, ich höre auch oft, fest und flauschig, höre ich auch oft einfach. Ja, aber du hörst ja auch die Hörbar. Und die Hörbar höre ich vor allem, ja, ja, na klar, also was soll ich denn sonst hören, Musik jetzt anmachen beim Laufen oder was? Nee, nee, wollte ich nur noch mal festklopfen, wollte nur noch mal hören. Down along the creek I remember something Heard the heron hurry away The first I breached that last Sunday Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Radio 1 Hörbar, Prost Ja, wir haben super, super, natürlich haben wir super Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das. Kaum sagt man was, gibt es schon E-Mails, unterstützende, belehrende, freundliche und darunter eben auch dahingehend aufklärende E-Mails, die dann sagen, sehr geehrte Frau Rust, Sie sind sehr nett, aber Sie wissen nicht alles. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass es Bon Iver heißt, denn er ist Engländer oder Amerikaner, ich hab's jetzt schon wieder vergessen, Entschuldigung. Er lebt in Frankreich, aber er, weißt du das noch, Janis, Engländer oder Amerikaner? Er ist Amerikaner, aber lebt in Frankreich und ich weigere mich, Bon Iver zu sagen. Okay, Janis Niewöner ist heute zu Gast. Niewöner. Nie, 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 nie liver. Yeah, why, oh, why not? Janis, never liver. Oh, not so bad. Goosebumps. Janis, never liver is my guest. I'm the host, I'm Betty Rust and we were listening to Bon Iver and now we're listening to Shaggy Otis, Out of My Head. Out of my head It's glowing Out of my head Out of my head It's glowing Out of my head Cause I heard Something said In a word From your voice Did I hear Only choice In Out of my head Radio 1, die Hörbarost, eine Radiosendung immer sonntags. Hast du dem Hund gerade eine Nuss gegeben? Sag mal, was glaubst du? Wie bitte? Nein. Gut, okay. Ich habe Trockenfrühstück gegessen. Früchte hast du gerade gesagt, Früchte? Früchte, Früchte, Kirche sage ich immer. Sprichst du noch manchmal, wenn du zu Hause bist, wenn du in Hüls bist, sprichst du dann so, wie man in Hüls spricht? Nee, eigentlich nicht. Also viele fragen, viele denken irgendwie immer, dass ich Berliner bin, ich weiß auch nicht. Aber nee, es kommen manchmal so, also Kirmes, Kirche, Mädchen, das wird mir immer so gesagt bei so bestimmten Begriffen. Sag mal, du kommst aber dann doch aus einer speziellen Ecke, oder? Aber ich habe jetzt kein Besonderes. Das sind aber auch deine Themen eigentlich, ne? Kirche, Kirmes und Mädchen. Das sind meine Themen zusammengefasst und darum wird es auch in den nächsten Film gehen. Dein Presseagent hat uns ja gebeten, dass wir da nicht zu viele Fragen zu diesen Themen Kirmes und Mädchen gerade stellen. Ja, das sind traumatische Erlebnisse teilweise. Du bist junger Mann zum Mitreisen gesucht, das war ja eigentlich der Start, damit ging es ja parallel zu der Schauspielerei. Einmal rund um die Welt, ne? Ja, lass uns über was anderes reden. Du hast Riesenräder zusammengebaut. Ich kann nicht mehr. Toll. Du hast immer noch, wenn Sie dieses Klickern hören, er hat seine Taschen voller Chips. Er kann sein Leben lang umsonst fahren. In Autoscootern, Riesenrädern. Ja, na klar, total. Ich liebe das. Ich liebe so. Ich habe immer Angst vor dem Moment, das sagen ja immer Leute, dass du irgendwann kannst du nicht mehr auf Achterbahn gehen. Das geht ja ganz vielen älteren Menschen so, dass die sagen, früher habe ich das total gerne gemacht. Vor diesem Moment habe ich Angst. Ich denke, du hast keine Angst. Dachte ich auch und denke ich auch weiterhin, bis es dann dazu kommt. Ach Gott, das sollte nicht passieren. Oh, vielleicht wäre dieses Wildwasser-Rafting was für dich mit dieser Wasser... Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, oder so Canywing, durch Wasserfälle abseilen. So, überall kein Problem. Apropos Wasser. Jetzt kommt der Moment, in dem ich es sage. Ich habe dich als Schauspieler schon gekannt, was ich komisch finde, weil dann muss es irgendein Kinder- oder Jugendfilm gewesen sein, den ich mit dir geguckt habe, was nicht sein kann. Also musst du mir irgendwie in irgendeinem anderen Film, vielleicht auch Gangs oder so, weiß ich nicht, schon über den Weg gelaufen sein. Denn als ich dich in vier Könige gesehen habe, habe ich auf Pause gedrückt und hatte und mir lief eine Träne die Gesichtshaut herunter. Aus dem Auge. Nein, ganz im Ernst. Ich war, weil ich so... Also es ist erstmal ein sehr guter Film. Ich hoffe, dass viele von Ihnen und euch den gesehen haben. Wenn nicht, es gibt einen Streamingdienst, wo man ihn sehen kann, gegen Gebühr. Ich glaube 3,99 Euro oder so. Und ich würde fast sagen, fast. Aber ich würde fast sagen, ich würde Ihnen das Geld zurückerstatten, wenn er Ihnen nicht gefällt. Das ist ein so guter Film. Er hat das Filmband, den deutschen Filmpreis in Bronze, glaube ich, damals bekommen. Ich glaube auch, ja. Das war es. Ich konnte nicht da sein. Hilfst du mir? War das 2015? Das kann gut sein. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, ich glaube, 2015 kommt hin. Du kannst es schon deswegen nicht wissen, weil du so viel gemacht hast, dass man das gar nicht wissen kann. So, genau. Hier habe ich es. 2015. Vier Könige. Das ist also jetzt kein neuer Film, den wir besprechen. Dazu kommen wir gleich. Das Casting für diesen Film. Das war, glaube ich, für dich, es war irre wichtig, das zu machen. Das ist eine Regisseurin, die dich gar nicht besetzen wollte, weil sie dich kannte aus diesen ganzen Sachen, die du gemacht hast. Sie wusste, du bist ein guter Schauspieler. Sie fürchtete aber, du bist zu schön, es ist zu glatt. Und dann hast du diesen Bruch selbst herbeigeführt. Was hast du gemacht? Ich habe mir die Haare abrasiert oder ganz kurz geschnitten und bin da auch mit einer Bomberjacke hin, weil ich dann auch wusste, es gab bis zu diesem Zeitpunkt so viele Rollen. Wo es dann letztendlich immer hieß, naja, du bist eben zu sauber oder so. Und ich habe gemerkt, die können sich dann doch bei aller Vorstellungskraft nicht ein Bild machen von jemandem, der eben anders ist als die Typen, die ich bisher gespielt hatte. Und ich habe aber so sehr gemerkt, wie sehr das in mir brennt, wie wütend mich das macht. Und daraus, glaube ich, einfach ist die Energie entstanden. Das ist gut, oder? Ja, total. Dass du diese Wut nehmen konntest, um sie zurückzuspielen. Ja, deshalb denke ich auch immer wieder, mit irgendjemandem habe ich jetzt auf der Berlinale auch drüber geredet, bei dem es dann auch nicht so gut läuft, wo ich auch gedacht oder auch gesagt habe, glaube ich, versuch, es ist ja immer einfacher, das von außen zu sagen, aber versuch das als was Gutes zu nehmen und zu umarmen, weil das ist ja Energie. Also auch wenn das erstmal Wut ist, die da aufkommt, das kannst du nutzen. Und wenn das dann irgendwann irgendwo reinfällt oder du was findest, wo du das reinstecken kannst und das zu nutzen weißt, dann kann das nur gut sein. Dieser Film erzählt die ein, zwei Tage, die Weihnachtszeit, die Weihnachtstage in der Jugendpsychiatrie, vier Teenager, gespielt von, also nochmal, das war 2015, jetzt kann man sagen, es ist lange her oder auch gerade nicht, aber es ist eine Zeit, der Cast Paula Bär, inzwischen absoluter Superstar, Jella Hase, inzwischen absoluter Superstar, Moritz, das weiß ich nicht, Loy oder Leo? Loy, ja, den man auch inzwischen in vielen Rollen sieht oder in guten Rollen vor allen Dingen, Clemens Schick, den man kennt, Annika Kim-Sarnau in einer kleinen Rolle, aber auch super und du, du als wütender Timo und diese Kombination, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, wow. Und das ist normalerweise so ein Film, wo man sagt, ja gut, aber der ist nicht gefällig und der ist nicht süß und der ist ein bisschen rau und weiß ich nicht. Und ich finde es so schön, dass der diese Aufmerksamkeit bekommen hat, auch durch diese Auszeichnung und du sowieso, dass du sowieso immer Auszeichnungen kriegst, erwähne ich jetzt nach dieser Bio schon gar nicht mehr. Und für dich muss es aber gut und befreiend gewesen sein, gerade dafür eben auch gesehen zu werden, oder? Ja, total und zwar jetzt gar nicht so nur für den Karriereweg, sondern glaube ich auch tatsächlich, das ist dann ja einfach auch ein Ding, wenn du da so tief reingehst oder wenn auch die Erzählabsicht so stark ist, da wirklich diese Welten, denen näher zu kommen und die wirklich zu erzählen, also das, was da im Buch steht, wirklich fühlbar zu machen für den Zuschauer und dann eben auch für uns heißt ja auch, dass man selber so Dinge aus sich rauslässt, die offensichtlich da sind und da schlummern und wo ich merke, da ist ein absolutes Aggressionspotenzial auch in mir oder eben eine Wut, was auch immer. Von dem du vorher gar nicht wusstest oder wem? Ja, nee, ich wusste da schon von oder habe das glaube ich schon geahnt, habe da jetzt auch nie groß drüber nachgedacht, aber es ist dann schon Wahnsinn, wie groß die Freude darüber ist, das zeigen zu können durch so eine Rolle, ja. Lass uns mal in die Jetzt-Zeit gehen, denn da ist ja auch, wie immer, irre viel los bei dir. Fangen wir an mit dem Überläufer. Wird gezeigt kurz vor Ostern, am 8. und 10. April in der ARD und dann natürlich in der Mediathek, sicherlich auch vorher schon. Was kannst du über den Überläufer sagen, erstmal über die Leute, die da mitspielen? Ja, also ganz tolles Ensemble, also Sebastian Olsendowski, mit dem ich zusammenspiele, der glaube ich ja für mich so die spannendste Begegnung war währenddessen, weil wir so viele Drehtage miteinander hatten und ich ganz viel von dem lernen konnte und Rainer Bock ist dabei, Florian Lukas, Bjarne Mädel und Katharina Schüttler. Ulrich Tukur. Ulrich Tukur ist auch noch dabei. Es ist wirklich eine tolle Gruppe, ist eben Bestseller-Roman von Siegfried Lenz und ganz stark über einen jungen Soldaten, der zurück an die Front geht gegen Ende des Zweiten Weltkrieges und dort auf eine Gruppe deutscher Soldaten trifft, die feststecken oder fest sitzen im Wald und Stellung halten, aber schon alle völlig verrückt geworden sind. Die Rote Armee rückt näher und dieser deutsche Soldat Proska läuft irgendwann zur Roten Armee über und ist dann mit seinen Schuldgefühlen für den Rest seines Lebens belastet. Er verliebt sich und sein Leben kriegt einen neuen Turn. Jetzt denkt man, okay, jetzt geht das so weiter, es geht auch weiter, jetzt muss man, sein Gewissen spielt eine große Rolle. Absolut. Ich habe mich gefragt, ob man sich diese Frage heute, heute würde man sich die gar nicht mehr stellen, was ist wichtiger, Pflicht oder Gewissen? Man würde sich die nicht stellen, ich finde das aber deshalb tatsächlich eine aktuelle Geschichte, weil es wirklich darum geht, diesen Charakter, der viele Dinge macht, die vielleicht im Nachhinein betrachtet falsch waren oder sich falsch anfühlen, was ist richtig, was ist falsch und da so diesen eigenen moralischen Kompass zu schärfen. Also der zumindest kann sich nie eine Geschichte erzählen danach, die sagt, das war schon alles okay so oder kann nichts verdrängen von dem, was er gemacht hat. Der Proska. Genau richtig, der Proska. Und deshalb ist das so ein toller Charakter oder ein beispielhafter Charakter, weil der gar nicht anders kann, als seine Gefühle sagen ihm irgendwie, er hat was Falsches gemacht. Und das kann er nicht verdrängen und genau diesen moralischen Kompass so zu schärfen und das jetzt in so einer Zeit wie heute und da so ganz klar zu sein für sich selber, wie bewertet man die Dinge, ungeachtet von dem, was draußen rum so passiert. Das ist aber schwer. Das ist total schwer. Also ich lebe schon ganz schön lange und ich finde, es ist noch nie so schwer gewesen wie zur Zeit. Und ich finde, was ganz wichtig ist, dass man sich Zeit auch auserbittet. Also dass man, ob das in kleinen Diskussionen ist, in großen Diskussionen, in Streitgesprächen, die man führen sollte, immer wieder merkt man ja auch, dass es nur noch so zwei Pole zu geben scheint in Gesprächen. Das ist nur noch so, dass man sich gar nicht mehr um die Mitte kümmert, in Argumenten, dass man gar nicht mehr so groß austauscht, dass es schnell gehen muss, dass es mit den Verurteilungen und den Zuordnungen so schnell geht. Und ich würde mir wünschen, dass Leute wieder Mut haben zu sagen, ich habe da gerade keine Antwort drauf, gib mir da Zeit oder ich entscheide mich vielleicht morgen oder ich entscheide mich mit dem besseren Argument oder so. Ich weiß es gerade nicht. Nee, dass es einfach eine gesunde und faire Diskussionsbasis gibt oder so eine Art und Weise miteinander zu kommunizieren, die nicht schnell auch in so eine Gehässigkeit übergeht. Und ja, ich glaube auch, dass da auch so bei all den Diskussionen und unterschiedlichen Meinungen muss die Liebe dabei bleiben irgendwie. Und das so muss man auch die gemeinsame Stärke irgendwie mehr wertschätzen. So, also kurz vor Ostern am 8. und 10. April, der Überläufer, ein Zweiteiler. Genau. Dann seit dem 12. März die Verfilmung Narziss und Goldmund. Sabine und du, Sabine Tambrea. Richtig. Und ein Satz vielleicht schon mal dazu? Narziss und Goldmund, eine Geschichte, die wundervoll ist. Also von Hermann Hesse, ein Roman, den ich selber gelesen habe, mit 19, glaube ich. Und absolut geliebt habe. Es ist einfach, die Geschichte an sich ist einfach wundervoll. Ich glaube, jeder junge Mensch verliebt sich darin und wird sich darin wiederfinden, weil es eben um die ganz großen Fragen geht, um Freundschaft und so. Und eine ganz tolle Reise da erzählt wird. Und ja, genau, ich konnte mich da sehr gut drin wiederfinden. Untermalt von einer sehr, sehr schönen Filmmusik, von der wir jetzt einen kleinen Ausschnitt hören. Es ist wahrscheinlich unmöglich, diese Musik jetzt einer Szene zuzuordnen. Oder kannst du das? Ähm, nein. Nein. Aber ist das das von Sabine? Ja, genau. Ich hatte Kontakt mit Sabine. Ich sagte doch gleich, warum? Und dann hat er mir gesagt, dass er tatsächlich ein bisschen Musik beigesteuert hat. Richtig. Er ist ja sowieso so multibegabt und sensibel und toll. Ja, 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 wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, oh schön, dann schick uns doch mal einen Ausschnitt und wir bringen den in der Hörbar unter. Und das war jetzt gerade von ihm. Und das ist natürlich nur minimal. Und dann gibt es noch eine kleine zweite Sache, die er mir geschickt hat. Mein lieber Jannis, ich habe gehört, dass du bei der von mir sehr geschätzten Bettina Rust in der Hörbar sitzt und da will ich dich natürlich herzlich grüßen. Auch wenn wir uns momentan gefühlt fünf bis 23 Mal am Tag sehen für Pressetermine zu Narziss und Goldmund, Kinostart 12. März. Also Goldi, viel Spaß und bis gleich. Ich hole dich vielleicht nach der Aufzeichnung am Studio ab. Ja, der könnte auch eine Zeichentrickfigur sprechen, oder? Ja, hast du gerade gedacht, ja. Jetzt gleich zusammen. Ja, schön, vielen Dank. Ja, das ist ein Film für die ganze Familie. Wie würdest du das sagen? Ist das ein Film für die ganze... Nein, Kinder sollten bestimmte Szenen da nicht sehen. Und zwar geht es nicht um das Verhältnis der beiden Männer. Eine einseitig homoerotische Liebesgeschichte. Das ist gar nicht das Ding, aber es ist, weiß ich nicht, würdest du sagen, es gibt ja schon ein, zwei brutalere Szenen. Aber Kinder sehen halt so viel ab. Wann ist der Frage gegeben? Also ganz junge Kinder sollten da jetzt nicht rein oder können da vielleicht nicht so viel mitnehmen. Ich glaube, es ist ja irgendwie auch ein Märchen für Erwachsene auf eine Art. Und ja, einfach, jetzt Stefan Rosowitzki hat ja den Film gemacht und es ist... Der Regisseur, der Oscar prämiert, glaube ich. Richtig, genau, für die Fälscher. Und der hat einfach, ja, ich glaube, es ist doch sehr viele Jahre, zwei, drei Jahre Arbeit da reingesteckt und ist das mit Herz angegangen. Und es ist wirklich, ja, eine von vielen möglichen Versuchen, so dieses epische Ding zu verfilmen. Ganz schwierig. Und da ist aber mit ganz viel Liebe angegangen. So, und es gibt einen Film, der dir besonders am Herzen liegt. Und der heißt Kids Run. Barbara Ott. Es ist ihr Langfilm-Spiel... Es ist ihr Langfilm-Regie-Debüt. Ich habe mir diesen Film... Es ist ihr Langfilm-Regie-Debüt. Ich habe gedacht, was für ein geiles Wort für Charade. Langfilm-Regie-Debüt. Wow. So. Und ich habe außer Karol Schula niemanden, kenne ich vom Sehen. Das muss nichts heißen, von der Besetzungsliste. Aber du hast dich sehr bewusst für einen Film entschieden, bei dem deine Kolleginnen und Kollegen eben auch noch nicht so bekannt sind. Es ist eine wilde Story. Was für eine. Was kannst du sagen, ohne ihn zu sehr zu spoilern? Ja, das ist die Geschichte von einem Vater in einem sozial schwachen Bezirk, kann man sagen. Von drei Kindern. Das jüngste Kind ist von Sonja, die er immer noch sehr liebt, mit der er aber nicht mehr zusammen ist. Er leiht sich Geld bei ihr, beziehungsweise bei ihrem Freund. Sie gibt ihm das einfach und muss das zurückzahlen, kann das nicht zurückzahlen. Irgendwann droht sie ihm, das Baby wegzunehmen und er fängt wieder an zu boxen, was er nicht tun sollte, weil er schon mal eine starke Verletzung hatte. Und es ist alles in einer ganz schweren, grauen Welt, findet da statt. Und der ist da, ach, das ist, ja, es ist eine wunderschöne Geschichte, die eben in so einer Welt stattfindet, die wir, glaube ich, alle immer nur mal wieder von außen beobachten. Und da wird so viel Brutalität und Härte und Aggressivität gezeigt und darunter liegt aber ganz viel Wärme und Liebe. Und das zu erzählen, finde ich so wichtig. Ja. Ja, also, ähm... November. Kids Run. Richtig, 26.11. Ach, das steht schon fest. Alles klar. Dann wirst du wahrscheinlich, wird es dann kurz vorher nochmal, bestimmt gehst du auch zu Knut, Knut Elstermann. Ja, ich hoffe doch. Natürlich, Knut, hallo, der wird sich freuen, wenn du kommst. Na gut, sehr gut. Ja, ich denke mal, diese Einladung können wir jetzt hier einfach stellvertretend schon mal aussprechen. Super, vielen Dank, ich komme gerne. Hoffentlich nagelt er mich darauf. Doch, doch, ich denke schon, das ist gut, das ist eine gute Idee. Und, ähm, und komm, dann machen wir das Ding jetzt noch voll mit Je suis Karl. Ja. Weil der wunderbare Christian Schwocho, ein toller Regisseur, ähm, den wir auch neulich, wir hatten ihn auch zu Gast, das ist jetzt allerdings schon ein paar Jahre her, aber den wir hatten ihn neulich auch als, als O-Tongeber hier zu Gast, der hat einen Gruß an dir die Rhinosbusch losgeschickt. Und du hast, als wir eben über ihn gesprochen haben, auch schon, auch nochmal gesagt, wie gerne du mit ihm als Regisseur arbeitest, weil er was ganz Besonderes hat, was ganz Liebevolles und so eine natürliche Autorität, so freundlich ist und jedem so zugewandt. Ja, es ist genau das, was du sagst, ganz besonderer Mensch, der auch immer die Erzählabsicht hat, glaube ich, was Aktuelles thematisch einzubringen in seine Filme, politisch zu sein mit seinen Filmen und gleichzeitig aber auch wirklich Menschen zu erzählen und zu zeigen, warum machen Menschen gewisse Dinge und die dabei auch nicht zu verurteilen. Also das, wie, ja, er wählt da ein Mittel, glaube ich, durch das man diesen Menschen näherkommt oder durch das ein Verständnis aufkommt oder man, ja, einfach, glaube ich, Dinge auch nochmal anders versteht. Und das ist irgendwie eine total gute Herangehensweise, die mit viel Recherche, Arbeit und einem ganz tollen Team stattfindet. Wir haben noch eine Minute und sag mir, ob du dir zutrauen würdest, jetzt wahrscheinlich dein Jahr ist schon durchgeplant, ein halbes Jahr auszusteigen und was würdest du dann machen? Ich glaube, ich würde mich nochmal versuchen weiterzubilden außerhalb vom Set tatsächlich und gucken. Ich glaube, ich würde vor allem faulenzen mit meinen Jungs zusammen. Du hast jetzt gerade eine total widersprüchliche Antwort gegeben. Nein, 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 nee, absolut gar nicht. Also gut, ich meinte mit Weiterbilden auch nochmal so Schauspielklassen und so, aber es ist nicht widersprüchlich zu sagen, man will so Faulenztage, wo man nichts macht, wo man nichts vornimmt. Man lebt einfach so in den Tag hinein, weil ich fest daran glaube, dass da eine totale Kreativität freigesetzt wird. Ja, das glaube ich auch. Und das wäre auch eine Weiterbildung wieder und eben nicht im Kopf beim nächsten Projekt sein und so. Und genau, vielleicht würde ich einfach nur rumhängen. Okay, in Berlin. Du würdest unter Umständen sogar in Berlin bleiben. Ja, also klar kann man jetzt auch die hohe Reise machen. Ein Haus? Wolltest du nicht ein Haus? Guck mal, willst du nicht ein Haus in Brandenburg kaufen? Ich kaufe mir jetzt erstmal ein Haus in Brandenburg. Mit eigenen Schwänen und Eidechsen und Hirschkäfern. Ja, die müssen nicht, aber doch kann ich auch. Katzen, ganz viele Katzen. Das vor allem. Gut, ich danke dir, dass du da warst. Wir haben noch einen Song von dir. The Cat, oh nein, das ist jetzt wirklich zufällig. Kennst du? Nein, aber weil ich von Katzen gesprochen habe. Achso, ah. The Cat Empire. Protons, Neutrons, Electrons. Ich kenne den Song nicht. Was kommt da auf uns zu? Protons, Neutrons, Electrons. Und das ist ein Lied, das habe ich immer gehört. Und ich finde es total schön. Das ist auf jeden Fall für Christoph. Das ist ein Fahrer, mit dem habe ich vier Filme gemacht. Und weil man ja oft eben, da haben wir jetzt auch teilweise drüber gesprochen, in so krassen Atmosphären ist oder dass er auch oft sehr ernst genommen wird am Set und man manchmal sehr angespannt ist und aus so einem Tag kommt. Und wenn dich dann jemand abholt und wir jeden Abend dieses Lied gehört haben, in dem es witzigerweise auch darum geht, eigentlich sind wir alle letztendlich nur Protonen, Neutronen, Elektronen und uns kann es gut gehen so. Und man das so, diese ganze Last auch ablegt vom Tag und wir das Lied zusammengesungen haben. Also es war immer ein guter Ausstieg aus dem Tag. Guter Ausstieg aus der Sendung. Vielen herzlichen Dank. Genau. Obwohl die sehr schön war. Tschüss. 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 Vielen Dank.